ja liebe leute herzlich willkommen zurück zum bookmark wir sind heute zu gast in der gala 1 so ich hoffe dass ich das ist nicht falsch vermutlich aber ich sollte es heute noch mal zu leveln flanke ja das haben wir uns auch schon gefangen dieses pokémon wollte ich eigentlich mitnehmen und zwar praktisch bald ein kampf pokémon aus müssen auch generell so fünf sein auf jeden fall aus schwarzen weiß jedenfalls so praktisch mit dem energie focus aber dem möchte ich gegen wirken und zwar hau ich da noch ein pokémon raus und das bringt uns auch ok weil wir auch mit geht allerdings in der box so habe ich hier noch irgendwas okay das sind wir gar keine praktik die brauchen wir beide nicht haben wir ja schon und hier ist ein item vor allen dingen ein beleber und hier ist ein mine arbeiter der uns bekämpfen möchte ja heute kümmern wir uns um die mine also die folge wird nicht vertreten wäre noch den fall als die letzten beiden So, ich schließe ihn nochmal weg. Wer war da? 16. Hier gibt es, glaube ich, mit Level 30 weiter. So, ich gucke Michael hier gerne auf. Weil hier müssten noch irgendwo Items sein, ich weiß nicht, wo? Ah, da oben ist eins auf jeden Fall. Erstmal drei Superbälle, die kann man noch mal brauchen. So, ich glaube hier oben lag das Item, was wir da unten schon gesehen haben, oder? Was ist das? Was ist das Item? Das haben wir gar nicht gesehen. In Pfälzburg auf jeden Fall ist es ein Item. War das nicht das? Okay. So, ist ja noch hier irgendwo was? Ne, ne? Ne. So, dann geht's hier mit der Minenarbeiterin weiter. Die gute Nerissa. Und du hast ihn praktisch bald. Dann machen wir da auch eine Aqua-Welle raus. Die 14. Das kann uns richtig wehtun. Na gut, du nicht mehr. Und dann gehen wir da. Und dann gehen wir da. Ja. Dein Kettner. Okay, zwei. Ich glaube sie hat drei oder so. So, und die drei Arzt insgesamt. Und die sind alle drei Rote Brüder mit der Aquawelle besiegt, und die 19 Flecklieder mit dem Zeug ziehen, äh, für Zick-Zacks, egal hat Zick-Zacks, aber ja alles was da machen, sonst ist das noch kaum, ich muss halt gucken. So, ich guck gerade, ob wir hier wohl noch ein Item haben, ja, vor allem eine TM26, und zwar die, was du gerade gesagt hast, ja, die Initiative glaube ich, also stark. Und da gibt es nur ein neues Pokémon-Fleck, neul, ich würde ihn gerne mitnehmen. Das ist aber ein ziemlich cooles Pokémon, muss ich sagen. Uh, sehr fast so. Hans-Zio bringt nichts, weil wir vom gleichen Geschlecht sind. Das bringt nur dann was, wenn die Kälte nicht auch verschieden sind. Also wenn die Weitlich sind. Ich glaube bei den Zeugnenstrittenen geht es auch nicht. Also Stahlbogen werden wieder gefechtsneutral. Und auch die Legendärer sind eine Zeug-Zack-Zack-Zack-Zack-Zack. So, okay. Ok, das fällt mal in dem Moment, also nicht ins Team, sondern, äh, ein Granitstein. Perfekt, abzacken, abzacken. So, ich habe wieder Hardware, dasselbe warte ich von meinem Pokémon. Mach eine weitere Arbeiterin, und sie hat einen Diktar, jetzt kommen wir mit Richtung Alola Diktar, nein, sie hat das normale Kanto Diktar. Seit dem DLC für Pokémon Schilder, wie gesagt, ein paar was vor Alola Diktar. So, tschüss. Ah, und ich habe schon, das ist wirklich, also sie hat noch ein weiteres Pokémon, was auch hier zu fangen gibt, nämlich Rotomoth. Aber, auch ein ziemlich cooles Pokémon wird am Ende zum Stahl-Pokémon, also Boden-Stahl. Ich glaube, ein Stahl-Pokémon nehmen wir dann auch später ins Team. Also, ich kann bei dir jetzt nicht gehalten, aber ich muss ja auch schon gucken. Aber, das ist Rotomoth was gesiegt. Und, wo kriegst du halt immer noch keine Gru? Scheiße. So, da nochmal hier noch ein Item. Ja, du bist nicht weg, du bist so schnell, ne? Ja, ja, klar. Ich hätte mich gerne gucken, was da gerade war. Gefangen. Ah ja, nur als Pokémon, das könnte man, glaube ich, fangen. Muss man schon sagen. So, ich habe ja jetzt auch ein Kronkat. Das können wir, das ist auch schon. So. So, Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr die Fallen im anderen Objekt, die auf dem Boden liegen. Klappen wir uns nicht in der Arena. Ich bin noch nicht in der Arena später. Ich habe die fünfte oder sechste. Die... Äh... Ah, ich lasse mal halten. Überleber. Äh, die auch auf diese Fallen spezialisiert ist. Da klappen die Plateauschuhe übrigens nicht. Das habe ich ausprobiert. Was? So. Ah, okay. Dann hätten wir noch nicht alles. Ich bin aber noch was. Anders an hier liegen, okay. Bette! Willst du hier durch? Ich kann mal überlegt überlegen. Komm, mir kommt kein Träger vorbei. Der, wo es uns wünschen ist, ungesprochen vorbei. So. Okay. Ah, gut. Ja, kann ich tatsächlich. Ich kann meine... Sammeln. Das heißt, wir müssen also tatsächlich Wien antreten. Und was wir haben auch tun. Möcheln wir jetzt kämpfen? Du bist doch derjenige, der von Champ für die Erinnerungsschämt empfohlen wurde. Hab ich recht? Oder hab ich recht? Ha, wäre unsehlich. Das ist immer gut so. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ. Kapiert? Ich habe eine Fehler vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin doch tausendmal wichtiger als du. Vor allem auch tausendmal nerviger als sie. Falls es jetzt gerade so hoch war, die Motiviert leidt jetzt im Kampf. So. 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 Okay. Gute Tito. Sicher. Ich bin schon. War mal. Ich kann den Pokémon abgebilden, um den Fynn zu ziehen. So. Dann gehst du weiter mit dem Molymoor-Bar. Und dann machen wir weiter das ganze Spielchen. Weiter mit der Arzt-Präsident. Okay. Mal die Molymoor-Effekte weg. Wir kommen mit der Straßradio. Ne? 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 Ich denke, dass ich jetzt noch ein Aqua-Kanarin daher einfach kurz nass gemacht und dann ist das Thema Primo mal erledigt und damit muss ich bitte jetzt auch besiegt sein. Habt ihr nachher damit nichts mehr? 20? Gut. Hey, fängig, schreist. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du vielleicht lustig zu werden. Aber jetzt erkenne ich deine Tricks und Strategie und ich vergesse übrigens nichts. Damit hier in meiner offiziellen Kampfbegebung hast du keine Chance genutzt. Das muss sein, wir haben alle Wünsche an, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Bis halt dieses Slots verlassen. Ah, wir sehen nun sicher noch mal wieder. Und da ist noch ein Säckchen Sternenstaub. Was heißt hier dringend? Das ist das Einzige, was ich gerne noch machen möchte. Äh, nein, nicht dieses Slot noch empfangen habe ich mir. Also, dieses Item, was wir da auf der Mitte 3 gesehen haben, das ist doch weiß es jemand. Die Frage ist was. Oder ob das das war? Aber das ist nicht gleich. Ich geh doch mal wieder zurück, weil das ist nicht. Das ist wahr. Und wenn es jetzt gleich weg ist, dann... Die Kiesel hab ich schon. So. Halt. Und da vorne ist da noch irgendwas. Und hier unten sind noch Diktas. Dann Diktar möchte ich mir auch gerne abgreifen. Den Diktar möchte ich mir auch gerne abgreifen. Den Eintrag hätte ich ja noch. Und kurz beim Kratzer auch mit dem Vollkreis. Ja, das ist klar. So. Diktar ist gefangen. So. Cooler Augen wollen wir nicht nochmal, weil wir haben da einen heute. Ja, wir haben Trendröte, ne? Aber das ist alles besser. C, C, C. So. Dann ist dieses Sieg da auch angegriffen. So. Ich muss mal kurz zurück da an diese Stelle. Ich will das wissen. Weil eigentlich lag das ja hier oben. Wieso viele Pokémon da oben? Ach, Nonoratütox. Okay, das war das, was ich umgesehen habe. Och Gott. So ein hässliches, unnötiges Pokémon tatsächlich. Ich finde, die Gift ist eine Mülltüte quasi. Ähm. Und für die, die kommen noch was da hässlich. Also wie weiß ich, die kommt. Normalecke hässlicher. So. Stattig, wenn ich noch was rauskomme. Ja. Aber ich werde es mir trotzdem mal gefangen. Das ist also ein geziehungsreiches Pokémon. Da wir ein Pokémon schon besitzen. So. Wir sind die Pokémon dann irgendwann ein reines Pflanzung-Pokémon. Weil wir einfach drauf gefangen werden. Ja. Das dauert aber noch ein bisschen, bis wir das kriegen. So. Oh Gott. So viel drücken wir mal dazu. Dann machen wir mal Dinger in die Graf. Nö. Ja. Ja. Cool genug. Gut. Dann gehen wir jetzt mal mit. Ja. Genau. Ähm. Mal durchgucken können. Eigentlich wollten wir heute nur die Mine machen. So. Raffel. Das können wir ja. Mal durchgucken. Mal durchgucken. Mal durchgucken. Mal durchgucken. Okay, das sind nur die Items, die Empfehlungen. Nein, es war dieses Item, was ich eigentlich bisher nicht gesehen habe. Da unten schon mal nämlich ein Bild. Okay, dann haben wir das, was ich jetzt geholt. Das, was ich noch nachreichen wollte. Oder holen wollte. Gut, dann haben wir das nämlich auch geklärt. Dann war ich die TM37 Prügler. Ja. Und dann müssen wir nochmal jetzt durch diese Mine durch. Nein, ich wollte schon mal das wirklich nachgeguckt haben. Ich hatte das Item gewesen, was wir da vorhin eingesammelt haben. Die Felsworf-TM. Mal gucken, was geht hier. Nein, nein. Schade. Ich war nicht schnell genug. Weil dieses Waggon... Ja, gut. Okay, das hätte ich gerne gefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie fangen kann. Wenn sie uns einholt. So, Rote Muff. Ich glaube, Rote Muff fangen wir noch nicht. Rote Muff fangen wir noch nicht. Dann mal das Rote Muff mit. So. Endlich hinst du fangen, äh, eine Feuerattacke. Gott sei Dank. Wir sind aber gut auf die erste Arena. Wie gesagt, das ist eine 5. Arena. Und da werden wir mit einem Feuer-Pokémon relativ gut dabei sein. So, Rote Muff ist mal gefangen. Auch nicht. Heilskolls von Spirox. So. Ich werde mal mit einem Pumppuli, solange wir mit einem Pumppuli hochziehen. Okay. Dann sind wir hier nämlich fertig mit der Rote. Also mit der Höhle. Und jetzt geht's mit Rote 3 weiter. Aber, diese Rote 3. Wer haben wir uns da? Nee, Rote 4 ist es tatsächlich. Werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Und, ja, da gibt's auch einiges zu entdecken. Wieder viele Trainer auf jeden Fall. Gute Pokémon zu fangen, das ist schon mal klar. Und wir sehen die aus der Arena. Und die Fernsehen-Arena da oben. Da bin ich mal gespannt, wie die wird. Und, ja, bis dahin. Mal wieder sehen. Kalett, weil Pokémon. Ja.